Ich brauche ein bisschen Powermusik, damit Sie laute Fans noch ein bisschen bewegen können. Dankeschön! So, ihr dürft jetzt die Liedmacherin zuerst weiter, wenn ihr tanzt. Ich gehe Kaffee drehen, könnt ihr machen, was ihr wollt hier. Fans, ruhig, tanzen! Die Musik ist ein bisschen lauter. Zeigt mal, was in euch steckt hier. Ihr sollt tanzen! Okay, es ist noch kein Stich geblieben. Ihr lasst das gelten. Ich bin ganz ruhig, ich steige Leistungsfreunde. Deswegen machen wir hier oben weiter. Die Träume von Martholag aus Köln. Ein ganz lieber Gast aus Mannheim. Gut oder Feldpapster von den Mannheimer Erdbeeren!